Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Bis Calvin! Heute gibt's die nur Pistolen-Challenge. Das heißt, wir dürfen nur als Schusswaffe eine Pistole nehmen und müssen damit den Win holen. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Darf nur für mehr Fortnite. Let's go! Okay Brother, letzte Runde. Letzte Runde, okay. Gletscher nochmal oder? Ruhig. Ruhig und dann stabil rüber. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, paar kommen wir uns mit, Gletscher? Wir werden es zusammen. Ich pack mir die Linken. Au, die Pistole, Bro. Let's go! Nicht zwei Skars einfach, Alter. Leider nicht. Das sollte nicht sein. Schild schon mal. Oh, blaue Pistole, nice. Oh, nice, nice, nice. Gefällt mir, gefällt mir. Grappler. Ich bin sogar ein Motocross neben dir, ne? Ja, Mann. Guck dir. Ist ja auch random einfach. Das ist nice. Was ist das immer hier? Ich habe nie gesehen hier. Hast du ne Waffe? Ich habe hier schon was schild. Danke. Besser als nix. Achso, schild. Achso, schild. Let's go, let's go, let's go. Boah, vor allem rutscht mir ein. Oh, Schatz, links oder rechts? Da oben erstmal. Und dann in dieses Dorf. Oh, krass! Man kann sich sogar auch ziehen, gut zu wissen, ne? Was? Das wussten wir jetzt auch nicht. Also, wenn wir irgendwo hin, dann schnell weg müssen, ne? Man ist geschossen oder so. Horizont erweitert, ey. Ja, Mann. Eine Pistole. Weitere jetzt keine im Sitz. Checken unten das Haus nochmal. Wenn da nichts ist, fliegen wir rüber, würde ich sagen. You fool. Boah. Mieser. Ganz Boden wegmachen. So. Hier ist eine. Juhu. Hast du eine? Ja. Oh, kalt. Frohe Weihnachten, Bruder. Kommt dir auch frohe Weihnachten, danke. Den Bot könnt ihr, glaub ich, rekrutieren. Wie? Ja, genau. Manche laufen mit Bot rum, Alter. Wir brauchen die Verstärkung sogar. Ist ja nicht verboten, Alter. Gerade bei so einer Challenge, ne? Äh, wie, Bruder? Ach, hier. Rekrutieren, Bruder. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Oh, der ist der Schad. Oh, der ist Smipert, Bruder. Krass, wusste ich gar nicht. Aber nur hier, oder kommt der jetzt uns hinterher komplett? Also was, wenn wir jetzt fahren, Bruder? Mal gehen, kommt jetzt. Der springt mit uns? Trampolin? Ey, der kommt dabei mit. Mal gucken, Bruder. Mal gucken, Bruder. Ach, deswegen laufen manche mit Bot rum, Alter. Krass. Ich denke mich schon, die machen die das. Alter, Maser ist gerafft, ne? Okay, lass mal rüberfliegen, guck, ob der mitkommt. Krass. Ja, mal genau. Aufs Trampolin. Mal gucken, ob der dann auch drauf springt, ne? Ja, mal kurz Bodyguard gekauft. Morgen auch läuft. Ja, man. Morgen Abend wieder rein. Kommt, komm, komm. Guck mal, ob der jetzt über die halbe Map rennt, oder? Leute, kommt der Bot jetzt aufs Trampolin? Ja, nein. Kommt der, Bruder. Aber wir sind auch noch in Zone. Only Pistol Challenge, man. Ach so. Voll geil. Ja, man haben wir. Unterstützung ist immer gut. Kann man auch lustig echt immer machen, ne? Ja, ob man den so sieht. Vor allem, wenn der jetzt eine Pumpe hebt, ist schon schmackhaft. Ja, es gibt doch einen Cyber-Dings da. Ja, der hat uns auch heute attackiert. Der hat richtig viel Leben. Ich denke immer als Spiel, Alter. Ich glaube, es sind Bots. Siehst du auch die Kisten? Durch die Wände? Bruder. Auf einmal Dings. Ich sehe alle Kisten durch Wände. Was geht jetzt? Hey, ich auch. Was sagst du denn? Ist das wegen unserem Gehilfe? Die waren zu gelb, ne? Jetzt weg. Okay. Nur kurz so ein Hinweis. Boah, schnell los hier. Boah, schnell los hier. Wollen wir nicht sehen? Wollen wir nicht sehen? Bei random, ne? In die Zentren. In die Zentren. In die Zentren. Da hab ich schon gepackt. Ja. Absolut. Ah, unser Bot ist auch hier am Start. Einfach mit Sniper. Krass. Bin mal gespannt, wie gut der ist, der Bruder. Bist du halt. Oder wurden wir mal vom Bot gekillt? Wo ist hier der Tresor? Nimm diese... Boah, weiß ich grad nicht. Wird der eigentlich angezeigt? Es geht einfach runter. Es ist nicht gewächst aus da. Es ist schon wieder jetzt. Ja, man. Ich glaube, es ist wegen unserem Gehilfen. Der hilft uns. Krass. Also hilft uns auch bei der Schatzsuche, ne? Ja, auch gegen. Also, die Bot. Genau, wo es runter geht, irgendein Gang, muss ja runter. Ja, also Auto, Auto, Auto. Genau. Hier vorne geht Klasse. Ich glaube, sie steigen aus. Ich komme mit unseren Gehilfe. Ja, hier vorne. Bro. Ah. Der heilt sich einfach. Wer schießt hier, Bruder? Hier, hinter mich. Bruder. Stuck. Ne, der heilt mich wieder. Ne, da nicht. Halt der mich? Habt der dich grad? Ja, außer dem. Okay, der kann mich nicht heilen. Doch, der kann ja doch. Laber, Alter. Ist ja richtig korrekt. Ey, das ist eine gute Unterstützung, ne? Oh, das ist crazy. Leute, was Neues dazugelernt, ey. Boah, ich brauche unbedingt eine zweite Pistole, ne? Hier ist ein Fuffi. Danke. Boah, keiner spielt mit Pistole, ne? Mhm. Schade, boah, goldene MP. Äh, müssen auf jeden Fall Tresor ballern. Auf guten Loot und Tuning. Ja, man. Ja, man. Yes, sir, man. Auch keine Pistole hier. Kann doch nicht sein. Auch nicht, boah. Du hast auch noch eine, ne? Ja, eine noch. Schade. Schade. Naja. Aber egal. Ich bin die komplett nochmal auf. Komplett aufbinden. Oh, die Pistole-Challenge. Oh, Schritte. Ah, ne, das ist unser Bruder. Unser Bray. Direkt in diese Karre. Direkt rein, da. Wie der Bruder hinterher kommt. Ja, ach so, wegen Auto. Würde der da aufjumpen? Ich glaube, der spawnt ja immer, meinten Leute. Aber ich sehe da auf der Karte, der kommt uns hinterher mit irgendwas, ne? Ja, da ist der so. Bleib da ein bisschen hängen. Ach, da ist es, Bordabon, zwischen der hier. Loll. Ach, voll nice. Du kannst, du geht's jetzt zu allen Bots, da hast du auf einmal so. Kann man alle rekennt werden. Auf einmal? Leute, geht das? Oder man kann, glaub ich, nur ein oder? Es wäre zu OP. Neues Videothema. Alle mit allen Bots. Bots. Gewinnen. Ewig mit 10 Bots. Ja. Ich dachte, wir wären noch eine Pistole. Zweite Pistole, zweite Pistole. Rats Ton ist einfach nur auf dem Feld. Also echt nur Boden und so. Ja. Warte kurz ein Schatz. Oh, Blue Life, ne? Die ist schon, äh, geh diese Getränke shop. Ah ja, genau. Dicken Fuffi gönn. Warte, ist hier. Oh, da hinten geht noch. Darüber gelatzt. Wo war der denn? Ach, sind nach vorn. Okay. Dicken Fuffis gönn. Okay, du bist hilfvoll. Du könntest da eigentlich einmischen. Ob du reißt. Wollen wir helfen? Oder sind die hier vorne? Oder sind die hier vorne? Oder sind die hier vorne? Egal, fallen wir weniger auf. Ey, da ist auch einer hier. Okay, okay, okay. Der ist mit Bot geklechtet. Einer down. Oh. Oh, der hat sich nicht angekriegt. Oh, der hat sich nicht angekriegt. Oh, der hat sich nicht angekriegt. Krass. Zwei Hits gedrückt. Ja, ich hab den schon komplett. Nice, nice, nice. Schild weggemacht, alles. Ich schwöre, Dings ist wie Sniper, ne? Manchmal. Ja, schon, wenn man gut damit umgehen kann. Hat keiner läuft damit rum irgendwie. Aufs Gaupe getunt und so, ne? Ja, wir können hier nochmal looten. Noch eine zweite, Bruder. Oh, ist eigentlich noch. Ich sehe wieder alle Schätze. Wäre sehr, sehr, sehr wild. Ja, ich hab auch noch eine. Also, beziehungsweise zwei mit dem Schild. Oh, direkt Enfoss, Bruder. Ah, komm. Packen wir dir durch. Der Frisur könnte auch sein. Serious, Serious, Serious. Nice. Ja. Ohne. Ohne reden. Ah, Medaillon. Du hast auch schon eins, ne? Ja. Nice. Let's go. Ich sehe Gegner durch die Wand. Vorne, die Schneekanone. Siehst du da dieses rote? Oh, ja, Mann. Die sieht man kurz. Krass. Er ist ja heftig. Bruder, der ist der OP, der Typ. Der NPC gibt uns ja voll hin. Das ist der Gletscher-NPC, Bruder. Das ist zu wild. Jetzt haben wir einen Lifehack ausgefunden. Mh. Oh, hier Pistole, Bruder. Oh, Gold, Bruder. Die muss ich mir packen. Goldene Pistole. Ich muss mal ganz kurz diesen nervigen Scope da umändern. Den Runden ist besser. Machst du weg? Oder oben? Ja, weil der Runde ist besser. Weil du hast recht, diese andere war so rangesummt. Ja. Call of Duty Star, weißt du so. Stream like nicht vergessen, Leute. Ja, man ist unbedingt drin, Bruder. Alles gut? Irgendwo Gegner, Bruder? Wollen wir hier rein? Gully? Ja, mal komm. Überblick verschaffen. Let's go. Legger. Achso, das war unser. Ja, ich dachte, oh Gott. Okay, hier vorne hat er Schüsse in der Nähe. Mh. Äh, Auto packen irgendwo. Ist immer nice. Vorne sind Autos. Genau, Gehklassen. Jetzt haben die Geschenke nicht aufgemacht, oder? Ich glaub, da drin ist ein Corvette. Ah, hier. Siehst du durch? Oh, ja. Das ist crazy. Wurde mies gehittet, hittet den. Ah, ich muss nachladen. Wupp. Hat den mies gehittet. Ich muss kurz nachladen. Äh, umschneiden. Knall den. Oh, der Scope ist Müll auf Dings. Ich schwör auf alles. Ja, das ist grad ein bisschen. Komplette Müll. Bruder, ich komm nicht auf die Taste. Der Jacks hier irgendwo rum, hier draußen. War ja noch 27 Leben, aber Lego. Kommt wieder. Ich steh mir kurz Dingens. Er will sich auf jeden Fall rechnen. Unser NPC. Jetzt sehen wir den. Gucken, was er macht, ne? Ja. Guck. Und jetzt auch wieder auf. Ja, easy, easy, easy. Stark. Okay, der hat auch eine Medaille. Puff. Bruder, ich muss das Corp eigentlich wegmachen. Wir müssen noch mal kurz zum PC machen. Ja, das ist echt... Das war voll unvorteilhaft gerade. Oder als Zweitwaffe nehm ich das, glaub ich. Okay. Only Pistol Challenge, Bro. Nur noch sechs Leute, Bruder. Ohne Corvette, Bruder. Okay, ich schüsse auf meinen Neck. Okay, komm. Vielleicht haben wir gleich Dings. Ich komm, Dicke. Nein, nein, bleib, bleib, bleib. Na ja, fahr kurz rein. Unser Helfer ist weg, glaub ich. Ah, der ist gestorben. Let's go up for uns. Ah, okay. Bei der Schießerei wahrscheinlich, ne? Oh, hier sind wir... Gut leben. Die war alleine. Wir packen uns dieses Auto hier. Warte, ich knall mir kurz vor viel rein. Ohne Reden, Bruder. Zone kommt. Ohne Reden rein, Feich. Ohne Reden, Bruder. Wenn du mal so ne blau oder grüne Waffe siehst, sag Bescheid, ne? Ich hab jetzt so... Komm, der kommt. Grau, go. Der ist am Strugglen, der Bruder. Knall den weg. Ah, der ist gestorben. Nice. Ist der tot? Irgendwann ist gestorben, ja. Ah ne, der ist auch davon. Der zappelt im Wasser wie ein Fisch, das hinter Baum geht. Komm, wir sind mies in Zone, Bruder. Ja, mies. Komm, aggressiv drauf. Der hat Schild verloren. Bruder, die hat ja Adlers gelasert, Bruder. Die goldene Hilt. Pass auf, ne? Wir haben eigentlich Loot. Wir brauchen eigentlich nicht. Lass beim Auto bleiben. Ja, man. Hier nur noch vier Leute. Oh. Ist ja voll hier die Endzone schon, ja? Only Pistol Challenge, Leute. Man könnte auch systematisch einer Schild, aber... Ne, ne. Keine Fakten. Ne, lieber nicht, weil wir haben getunnt. Oh, der kommt. Lass ins Auto, wenn die jetzt aussteigen. Komm, komm, komm. Genau. Kurz geschwächt. Kurzen Abgang. Nachladen. Und da. Die wollen auch Zone safen. Ja. Ich bleib hier wissen. Leute. Vier Leute noch. Was ist das denn? Kommen die, oder? Warte. Die bleiben hinter Felsen. Okay. Aber wo sind die anderen? Und noch ein anderes Team. Nicht, dass die uns dann gleich Sandwichen. Da müssen wir gleich gucken. Weil jetzt geht es hier ums nackte Überleben. Es ist nur in der Natur hier. Freunde, Freunde, Freunde. Ich meine. Ich muss kurz nachladen. Ja. Ich bin voll. Eigentlich, dass die von unten kommen. Wir könnten das von überall kommen. Dickpissen, ne? Okay, von hinten an. Ah, die können da oben, da oben, da oben. Okay, pass auf. Die snipen, glaube ich, von da unten. Ich geh hinter Haus hier. Ja. Sind wir safe? Hier Campus, Bruder. Wir können auf Dach sogar. Hier war das auf Dach. Perfekt. Wir können ja gar nicht von da ein bisschen theoretisch beschießen. Ja, easy. Ja, ich bin hier ganz offen. Bruder, guckt euch diese Pistole an. Was ist das? Alter in den Augen. Das ist crazy, Bruder. Ich schwöre, die ist crazy. Gibt sie. Schieß, Bruder. Jawoll, geht doch. Easy. Leute, letzte Team. Only Pistol Challenge, Bro. Only Pistol, Bro. Jetzt holen wir das hier. Komm. Easy. Die snipen, pass auf. Lass mich sehen. Lass mich blicken. Okay, wir müssen gleich hier. Die müssen kommen. Eigentlich, wir können hinter den Felsen da. Obwohl sie... Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Oh mein Gott. Soziales Experiment. Komm erst mal hoch. Die müssen hier lang. Das ist das Ding. Ja, die müssen hier lang. Ah, ja. Sind wir in eine stabile Position. Ja, unten ist ein bisschen eklig. Hier haben einen Sniper. Lass dich nicht kriegen. Komm hier runter. Wir ballern die mit der Zone, weißt du? Die müssen jetzt kommen. Ja, genau. Die müssen uns vorbei. Die haben auch kein Auto oder so. Die kommen langsam. Okay, ich sehe. Okay. Wir können langsam ein bisschen runter. Sniper, ja. Das ist hier den anderen. Ah, der Sniper, pass auf. Oh, ja. Aufpassen. Boah, hat den 100 gedrückt. Der will Auto explodieren lassen. Egal wer im Grappler und so. Oh. Der kam reulich von der Seite. Der wollte snipen. Mies gedrückt. Easy. Die kommen hier vorbei. Da oben der snipet. Der rennt rein. Der eine pusht bisschen. Nice. Einer down. Das ist der. Miese Hits. An der Seite. Nice. Leute. Only Pistol Challenge. Die letzte Runde, die wir für heute gespielt haben, Leute. Für die Community. Challenges. GreaterCodePrankPost. Ihr wisst Bescheid. Yes. Ihr wisst Bescheid, Leute. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal. Daumen hoch für mehr Fortnite. Only Pistol Challenge. Yes, sir. Stark, man. Bis zum nächsten Video. Peace.